Wenn ihr das Glück habt, nach Amerika zu kommen, fühlt euch unglaublich geehrt, hier zu sein. Unglaublich geehrt! Denn Amerika ist das größte und mächtigste Land der Welt. Sir, ja, Sir! Die Amerikaner sehen uns als Bürger zweiter Klasse. Hier gibt es keine Gleichheit. Sie sind ein Fremder in diesem Land. Wenn man hier nicht lebt, kann man nicht verstehen. Diese weißen Teufel versuchen immer, uns loszuwerden. Sie würden sogar am liebsten Chinatown ganz abschaffen. Ist das dein chinesisches Kung-Fu? Wer ist der Nächste? Kämpfen wir. Wir sind alle Chinesen. Wir sollten immer füreinander da sein. Das hier, das ist Meister Ip Man. Sollten wir nicht besser unsere chinesischen Kampfkünste nutzen, um die Vorurteile gegen uns abzubauen? Das hier, das nur in der Mitte des Varus-Fu? Nicht schlecht! S nuevo in der Mitte des Blatt! Vielen Dank.